Hallo, ich bin Sjörn und das ist Tag 28. So langsam kann ich ganze Bilder zeichnen, das heißt, vorher habe ich immer so einzelne Gegenstände gezeichnet und so langsam kann ich so ein bisschen komplette Bilder machen, was richtig Spaß bringt. Das heißt, zum Beispiel dieses kleine Quad, da kann ich dann direkt eine kleine Fahrbahn machen oder einen kleinen Busch nebenan. Ist nicht richtig ausgearbeitet, aber es ist immerhin schon mal was. Es liegt nicht mehr in der Luft, sagen wir es mal so. Das ist ja ein kleiner Vogel, weil auch nur eine Übung zum Schattieren, weil man das ein bisschen besser lernt, weil ich manchmal Probleme damit habe. Vielen Dank, für's zu gucken. Das nächste Bild und Video kommt dann morgen. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Jörn.